Oh, ich hab da auch Schnitt gebischt. Ja, bischen am Film, ne? Ja, bischen am Film, ne? Wie cool, ne? Oh, Mann, ey, wie ist das? 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 Ja, gleich, die haben es bestimmt nicht gehört, dass die jetzt gesagt hat, die Stellung, bitte. Oh, Mann, ey, wie ist das? Finde ich nicht. Finde ich gut. Ja, wir haben die anderen, aber womitsf denn eigentlich denn? Ja, machen wir das jetzt klar. Ja, mach mal was! Ich bin ... Das geht nicht! Das geht nicht! ich bin ich glaube ich bin mit denen ich habe ich mir mal lauter reden in der Tat auch hier kommt ein ja auch da kommt auch 6 ja ich bin auch bestellen Ne? Max stell dich mal daneben und nimm das mal so auf und hier versteht man ja nix. Oh ne, soll ich? Ich bin nicht da, ich will das nur aufnehmen, wenn ich darf. Katharina, wir haben Zuhörer. Okay. Katja, der hört zu. Schick den mal weg. Macht nix. Okay, dann bestell ich. Ich nehm ein halbes Hähnchen. Katja, ich will ein halbes Hähnchen und n Cheeseburger. Und n Cheeseburger. Ne kleine Pommes nehm ich auch. Willst du noch mehr hören? Warte mal Größe. Oh Mann. Das macht. Hey, hinter uns stehen schon Autos. So jetzt, was bekommst du? So, ich nehm erstmal halbes Hähnchen. Ein Chicken-Bug, ja? Nein, halbes Hähnchen. Ja, das ist doch für dich ein Chicken-Bug. Dann will ich gar nichts vom Ball. Aber ich ne kleine Pommes. Kleine Pommes? Ja. Seit wann bist du Pommes? Ich bin auf Diät. Ich bin auf Diät. Das ist doch gut. Dann will ich noch nen Cheeseburger. Ja. Einen Chicken-Burger? Ja. Und noch einen. Noch einen Chicken-Burger? Ja. Ne Cola-Restung? Nein. Wieso nicht? Kein Du es. 4 Euro. Das ist Vortrag. Gib mir mal noch nen kleinen Erdbeermilch-Chek. Nein, ist jetzt zu spät. Ja, nein. Nein, ist jetzt. Okay, es ist zu spät. Ich komm gleich wieder. Hier, 5,80 an und das Vortrag. Ich bin klein. Kleinen, ja. Ja, du ziehst mich voll ab. Ja, 5,80. Das macht. 5,80. Vortrag. Jetzt. Ja, jetzt sofort. Ich glaub, die Bestellung ist fertig. Ja, mach nur. Vortrag. Willst du dich schon gleich abholen? Fahr vor. Katja. Wie sieht's aus mit Lieferservice mit hierhin? Ja, okay. Fahr weiter. Komm.